Jau Leute, weitere Videos. Okay, diesmal kein Let's Play oder so. Diesmal mache ich Videos darüber, wo es geht. Und zwar, egal wann, wenn ich mal PvP gehe, zu Boston, irgendein Update kommt, egal was passiert, ich nehme einfach mal alles auf, so ne, was ich dann mache. Und, heute mache ich mal nichts. Erstmal dieses Vorstellungsvideo da und dann weiter und so. Und das kommt dann alle zwei Tage ein Video. Ja, gibt's sonst noch was zu sagen? Nö. Ja, so sieht das aus. Okay. Dann kann ich das Video ja mal beenden, finde ich. Naja, okay. Also, viel Spaß noch bei allem, was ihr macht und bis zu meinem nächsten Video. Tschüssi!